Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Auch morgen erzielen wir in der Spitze nochmals Werte um die 30 Grad. Ein leichter Wind macht die Temperaturen aber erträglich. Sonnenschein dominiert das Wettergeschehen. Nur gelegentlich ziehen harmlose Schönwetterwölkchen ins Sendegebiet. Am Freitag zeigt sich der Himmel bedeckt. Mit Niederschlägen ist nicht zu rechnen. Das Quecksilber klettert auf angenehme 25 Grad. Der Samstag wird wieder ein schöner Sommertag. 10 Sonnenstunden und Höchstwerte von 29 Grad, das sind die Aussichten. Auch am Sonntag gibt es bei Temperaturen um die 30 Grad Sonne satt.